Dankeschön! Eine der vielen Dankeschön! Wir sind gekommen, meine Damen und Herren, an diesem Sonntag hier, wo wir wissen, wir alle wissen, es ist nicht irgendein Sonntag, es ist Dörbisonntag. Die Dörbisonntag bei der HC, drei Sonntage, drei Dörbis, aber natürlich heute gleich, der Kracher München gegen Augsburg. Das ist nicht nur die Dankeschön-Meisterschaft, das ist auch, wie jedes Jahr, eine Frage, wenn die Fantasie zu Gast sind. Wir haben die zweite zu Gast bei den Firmen. Am Freitag haben wir die Tabellennetze getauscht, heute wollen wir das wieder tun. Möchtest du Grüßlein, aber kann auch darauf ein bisschen schön, dass wir da sind, ein herzliches Grüßlein, allen Bündnern auf der Gegend gerade, freundlich über 1.000 Unterstützung, und hier muss ich eigentlich gar nichts sagen, das ist großartig! Schön, herzlich willkommen! Servus, herzlich willkommen in der Nachtwürfelde! Wir begrüßen unsere Gäste im Süden. Die Platz der Partner und schauen auf die Anstiegslaufstellung unserer Gäste. Der Einmal in der Köln-Fürfelder 2. Der 6. Woilett, den 3. Der 5. Der 5. Der 2. Der 2. Der 2. Der 2. Der 2. 23, 0, G-H-Russer, 24, Thomas, John und Jobecker, 27, Ivan Tschirnick, 29, Fred Blankheuss, 31, Christopher Gessler, 35, Markus Heller, 37, Hermes Wiggins, 39, Martin Winterschocker, 48, Mike Connolly, 57, Daniel Weiss, 83, Adrian Winterschocker, 93, Sebastian Winterschocker, 96, André Reis, Schickrichner, heute bei München-Geraufsbekommen haben wir sehr begrüßen, Stefan Bauer und Bastian Augs, André Ingen an diesem Sonntag, Andreas Blath und Thorsten Latscheu. Ich schau mal, wo sind die Fernste, Sie haben Sie recht wohl in München. Wo sind die Fernse aus der Landeshauptstadt? Und wo sind die Fernse aus der Schulz-Stadt der Gäuze? Wir sind der EGAC und gleich kommen die Red Bulls. Wir sind der EGACUN Polski. Wir sind die EGACUN eliminated. DOK! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oberbayern gegen Schmarrn. Wir beginnen heute gegen die Wanda mit der 351 von Florian. Die Wanda mit der 131 von Niklas. Wir spielen mit der 6 mit Daryl. Mit der 20 Benedikt. In der 131 von Niklas. Mit der 49 hier ist Ritchie. Mit der 55 kommt Tim. Mit der 69 Flöger. Mit der 25 von Felix. Die Wanda mit der 9 Gerweits. Hier ist unser zentier Gott. Wir spielen mit der 13 jetzt Mikael. 14 ist John, die 15 Toni, hier kommt die 36 Janik, die 38 Thomas, die 11 mit der 40 Beckel, mit der 47. Korteil, mit der 57. Korteil, mit der 57. Korteil, mit der 98. Korteil, mit der 92. Alex!